Er hat gesagt, sagste Mama nicht, nimm dir an deiner Schwester ein Beispiel und das verletzt sie wahrscheinlich und dann verlässt sie euch beide. Ich lag da, mein Teddy umklammert, nur mit der Decke bekleidet, da war ich fünf Jahre, jetzt bin ich schon fünfeinhalb und verstecke mich täglich mit meiner Schwester Susi, wenn mein Papa kommt und ruft, wo sind denn meine Engel? Ah, ich hab euch schon, seid lieb zu Papi. Wir sitzen Angesicht zu Angesicht, Susi hat alles im Blick, wenn ich hier fast die Hand zerdrück, bitte, bitte nicht, ich halte die Hand von meiner Schwester fester und fester, doch Papi ist so stark, dass er mich wegzerrt. Ist schon gut, mein Engel, ich lieb dich doch auch und Papi legt mich aufs Bett und danach zieht er sich aus, warum streichelt er mich da und warum küsst er mich gleich, warum tut's mir so weh und er ist so glücklich dabei, er ist so schwer mit der Zeit, ich such nach Luft, alles von Schmerzen betäubt, ich will sterben jetzt gleich, Papa atmet jetzt schneller, das macht er immer so zum Ende hin, ich blute, doch er sagt, es gibt Schlimmeres, mein Engelchen, ich seh mich vom Oma, er ist so groß, ich bin noch so klein, gleich ist vorbei, Engelchen, hör doch auf zu weinen, ein großes Mädchen jammert nicht, doch es tut zu weh, ich versteh's nicht, warum sagt die Mama nix, sie hat's doch einmal gesehen, aber nie was gesagt, doch da ist es völlig normal und ich soll niemandem was sagen. Drei Ν Drei Drei Nur am Ende nur ein Scherl und so, wenn die kleinen Gebäude schlafen, Traumschlag doch zu. Lade, lebe, lu, vor den Wäldchen steh' ich mit seiner Schuhe, und sie sind genau so müde, gehen jetzt nur. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020